Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages Du bist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an All Chikos und Chikas aus der Sky-Nin ist am Stadtgenuss Einne keine Runde Let's Play Alien Isolation Und ein bisschen drehen Ich bin krank, yeah Deswegen habe ich auch in der Klimazeit Wir was aufzunehmen Verdammt ist das laut Ich habe mal noch Zeit auf Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt Zwar meiner ist Roxio Den Bass mal voll aufdrehen Ist klar 7.1 Surround Ist auch klar Okay Ich höre mich auch ganz komisch selber gerade Das ist Das muss ich mal, glaube ich, gerade ein bisschen runtersetzen So Jetzt hört es nicht mehr so komisch an Wir drücken Ah Diese Festplatte Spiel starten Alien Isolation Spiel fortsetzen Letztens haben wir mit dem Slay zusammengespielt Und diesmal sind wir wieder Alleine Auch wieder im Hellen Ich glaube, ich drehe das mal so ein bisschen hier Damit ich nicht die ganze Zeit da reingucke Aber so ein bisschen schauen kann Ob die Aufnahme noch läuft Ganz komische Konstruktion heute hier Bla 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 Und hast du nicht gesehen Ich streue mich gerade so ein bisschen zur Zeit Vor Alien Isolation Es ist zwar schön gruselig und sowas Aber es Ja, ich weiß nicht So ein bisschen Die Euphorie ist so ein bisschen verflogen Ich hoffe, dass ich jetzt mal mit der Aufnahme wieder ein bisschen dazukriege Trotzdem werden wir also versuchen so viel Spaß wie möglich zu haben In der Zeit ist so ein bisschen So auch generell so So Aufnahme Wünsche und sowas Sind so ein bisschen bei mir Hm Die Zeit nicht gerade so extrem hoch Aber Ich möchte trotzdem Bei euch was aufnehmen Ich möchte trotzdem Dieses Projekt hier nicht Verwerfen Und vielleicht muss ich mich auch ein bisschen zu meinem Glück mal zwingen Also Fängt ja super an Och nö Es fängt wirklich scheiße super an Verpiss dich Fängt ja du scheißlampe Niemand mag dich Niemand mag dich Nein Das tut doch weh Hör auf damit Doch das ist nötig Hör auf jetzt Och nö Nicht noch einer Geh weg jetzt Alter Stehen die wohl plötzlich da Was soll denn nö Das ist ein Weg Was soll denn Da ist er Hallo Kommt ihr bitte hier Jetzt Geh weg Es ist ein scheiß Start alter Ein verdammt beschissener Scheiß Drecks Start In dieses dumme Dreckspiel Verpisst euch jetzt mal Alter Das hat keinen Sinn Ähm Spiel an Ähm Aktuellen Schweizerstand laden Ja Das ist ne ganz beschissener Scheiß Start gewesen Jetzt Oh fuck Ähm Ich hab meinen Timer nicht gestellt Drückst du jetzt mal Start bitte Ähm Entschuldigung Ähm Und dann müssen wir auf 20 stellen Und der Counter läuft Meine Damen und Herren Wenn ihr es auch fast aufgeladen Das ist doch schön Spiel fortsetzen So Ducken Ducken Scheiße Jetzt hab ich außerdem geschlagen Ich wollt grad noch mal gucken wie ich da so drüber gucken kann Hab ich total vergessen jetzt Ja ich muss grad wieder ein bisschen reinkommen Ich hab jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gespielt Und Steuerung ist mir ein bisschen Zuwider gewesen Ey wenn das Schwein jetzt hier reinkommt ne Ich schwör's dir Ey verpisst euch jetzt ihr blöden Drecksviecher Ich schwör's euch Alter Alter Ah hier war das okay So wo ist dieser scheiß Kerl Irgendwo in dieser Richtung Beleuchtung aus Beleuchtung aus Armsystem aus Kamera spielt auch aus Die Luftreinigung aus So meine Freunde Dann wollen wir mal hier reingehen Scheiße Immer noch keine Batterien I can't see shit Was Ach klettern Was zum allsten der Welt ist überhaupt jetzt grad meine Aufgabe Ähm Kehren sie zum Zu Samuel und Taylor zurück Finden sie sich im Summer Transit Samuel Hat eine Transit Gondel zu ihnen geschickt Das ist gut Wir bräuchten mal wieder die Legende Von Interesse ist da hinten Zwei Stück Das geht wahrscheinlich runter Neuverkabelung haben wir gemacht Das ist nur ein Speichergerät Stockwerk Da Wie hier sind Stockwerk drüber oder was Jetzt bin ich wieder auf meinem Platz Flüchten sie zurück Flüchten sie zurück durch Seagons Communication Ach Willst du mich verarschen Ich soll den Weg zurückrennen Oh da ist gerät Werkzeug Waffe noch was Okay Interne Kommunikation Sehr schön Ähm Ist der Revolver Super 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 Wir haben hier eine Facke verbraucht Das ist grandios Ich bin fast ein bisschen zufrieden mit mir Alles super Wenn soll Schrott Schrott Da ist Schrott Dabei So So Hoppala Gibt's was? Hi Hi Okay Wir gehen einfach hier durch Scheiße Das hätten wir natürlich die Facke wieder brauchen können Hier auch kein Plan Wie ich Batterien jetzt einstelle Kack Hier stelle ich auf jeden Fall keine Batterien ein Hier auch nicht Kein Plan Scheiße Geht doch geduckt um eine Scheiße Das ist nix Wo ist denn meine Fackeln? Eine Schlüsselkarte Ich hasse es 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 Wenn diese Musik kommt Ist das nie was Gutes Sind das getrampelt Das ich da höre? Du dumme Scheiße Du kleine Dreckige Dumme Scheiße Niemand mag deine Fresse Niemand mag dich Was zum Fick? Goddammit Du Pussy Wack es mir Wack es mir nicht Den Rücken zuzukehren Wo kommst du her? Ja Ach du Scheiße Lass mich doch Lass mich doch in diesem Scheiß Schmitt drinnen Alter Gott sei es mir nicht mehr Das ist ein Arschloch Goddammit Du bleibst hier drinnen Standen Das ist ein Arschloch Das ist ein Arschloch Das ist ein Arschloch Ich hab nichts gemacht Ich hab nichts gemacht Ach du Scheiße Ist der böse Oder ist er gut Ey Hey Ist der böse Ich hab keinen Bock Ist der was Zu finden Oh Fuck you all Was zum Fick Du Scheißkerl Du dünne Dreckige Scheißau Wo kommst du her? Scheißkerl Tief Tief Beleuchtung aus Kamera Feet aus Türsuf an Luftreinigung aus Danke Alter Alter Gut Das ist ein Options Mal Ich hab nichts Ich hab nichts warte mal nichts ist okay wir sind schon wieder hier alter der ist böse der ist böse der ist böse der ist nicht gut er droht nahe rote augen hat mich gesehen 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 er hat mich gesehen hat mich gesehen ok cool nein bestimmt nicht komm mit wir machen rundgang scheiße wo muss ich hin fuck you fuck you lass mich in ruhe dann hör auf zu nach mir zu suchen das ist ja gar nicht mal so gut oder hey aber es gibt schlimmeres das habe ich doch auch das ist sehr schön für dich ich möchte aber nicht mit dir sprechen wie kommt eine maschine darauf zu sagen spielen sie ein spielchen mit mir jetzt verpiste ich endlich du arsch hier nicht ich bin nach new york gereist ja will ich auch so sehen nur wegen ihrer inkompetenz bin ich nach new york gereist ist er weg leute das ist unmöglich okay warte mal ich habe ihren rundgang und dann komme ich hier raus ich muss ihn da hinten langlocken hier rein rennen da hinten rum rennen und dann passt das wunder weg hier bin ich na kommt er kommt er ich glaube er kommt ja er kommt ja er kommt ja er kommt ja Ah, er kommt. Er kommt, aber das macht nichts, weil ich Klammerer bin. Ha! Du Schwein. Du Nobody. Du verdammter Loser. Lass mich hier raus. Da ist niemand. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Nein! Verpiss dich. Keiner will dich hier haben. Keiner will dich hier haben. Wirklich nicht. Oh, da sind jetzt zwei. Nein! Ich spiele keine Spiele. Lass mich doch einfach in Ruhe. Niemand tut dir was. Das ist eine scheiß Säule. Lass mich in Ruhe. Das ist eine böse Säule. Und seinen soll man in Ruhe lassen. So, bitteschön. Und das, wo wir das geklärt haben, jetzt ist die scheiß Tür wieder zu. Geh doch auf. Okay, coole Sache. Das sind zwei Stück. Drei Leute. Drei Leute hinter mir. Das ist kein Problem. Das machen wir doch locker. Irgendwie. Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ohne ist mich im Kreis gelaufen. Auf da. Auf da. Auf da. Auf da. Auf da. Schöne Sache. Ja. Hallöchen. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich an eine Rezession melden. Ja. Ich renne zur Rezession. Und ihr lasst mich dafür in Ruhe. Wer? Du wirst mich jetzt zurück. Du blöde Scheiße. Lass mich los. Keiner mag dich. Nein! Lauf doch nicht auf ihn zu. Lauf doch weg. Lauf. 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 Drück diesen Scheißknopf. Und mach die Scheißttür zu. Oh. 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 Mr. Revolver. Es ist nicht mein Spiel, Alter. Okay. Fichten sie zurück durch den Sixen Communication. Alter, hier ist nichts mehr. Das glaube ich dir nicht. Oh. Da vor mir ist was. Da vor mir ist was. Okay, der ist da hinten drinne. Das interessiert mich nicht. Er kann ruhig da drinne bleiben. Lauf ich richtig? Einen Anschein nach glaube ich richtig, ja. Erste Folge rum. Juhl klingelt. Yay. Jetzt hat man mir gesagt, ich soll das immer ausschalten und sowas. Aber ich mach das trotzdem. Lasse das jetzt an. Ich werde mich zusehen und dann. Ich glaube nicht. Ne, ich bin gerade. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.